Gut, dann kommen wir zum Manga in Deutschland. Wie gesagt, ich habe ja gerade erwähnt, wir haben es im Manga auch sehr gut in Deutschland. Und das bleibt auch weiterhin so, denn für Zero's Tea Time Band 3 steht der Release kurz vor der Tür. Wir haben dazu exklusiv auf Conan News das finale Cover enthüllen dürfen und die Inhaltsergabe von der Rückseite. Das finale Cover, wie schon bei den letzten Bänden, haben wir auch im Podcast angesprochen, hat nochmal die Besonderheit, dass sich das Egmont-Logo und das DirektivCon-Logo noch farblich angepasst haben an die COST-Time-Schriftzüge, dass es farblich einheitlich ist. Das hatten wir ja gelobt im letzten Podcast. Wenn ihr da jetzt schon reingehört habt, dann wisst ihr das natürlich. Und sonst auch reingehören? Ja, ganz schnell. Und hier auch nochmal die Inhaltsangabe durften wir enthüllen von COST-Time Band 3. Auch ein Multitalent wie Zero, das regelmäßig in Action geladenen Kriminalfälle verwickelt wird, verbringt hin und wieder ein paar unbeschwerte Tage. Doch egal, wie alltäglich die Herausforderung auch sein mag, Zero ist immer mit Herzblut dabei und diesmal erleben wir ihn von seiner nostalgischen Seite. Punkt, Punkt, Punkt. Wie gehabt, 7 Euro wird der Band erhältlich sein am 5. Mai und dazu werden wir dann natürlich auch einen Themen-Podcast machen.